Welches ist die beste Toilette bei Sims 4? In meinem Spiel gibt es ganze 40 Toiletten. Und das sind jetzt meine Top 5 Clos. Platz 5, die beste öffentliche Toilette. Modern, schick und hoffentlich sauber. Platz 4, aka das beste Klo für Kleinkinder. Das hier. Es sieht nicht nur lustig aus, das ist Preis-Leistung auch das Beste. Platz 3, das beste Katzenklo. Easy. Es sieht nicht nur cool aus und reinigt sich selbst. Es hat einen integrierten Laser. Platz 2, sprechenden Toiletten. Man kann sich mit ihnen anfreunden oder seine Aggressionen an ihr auslassen. Auf viele verschiedene Arten. Und Platz 1, der Thron.